Jo Leute, was geht ab? Anderen am Start. Heute mit einem neuen Diablo 4 Video. Und zwar geht es darum, um den Druin der Tornado Hurricane. Habe ich ja schon mal ein Bildgeld dazu rausgebracht. Könnt ihr gerne abchecken, deswegen werde ich jetzt nicht nochmal den kompletten Bildgeld durchgehen, wie ihr was macht, sondern ich werde euch einfach ein paar Tipps geben, gerade beim Leveling, was euch super in Serien macht. Ich kann euch gleich einen Clip zeigen. Ich habe mit Wellenstufe 4 Boss mit Level 50 gemacht und das einfach gemeldet innerhalb von 7 oder 8 Sekunden. Super krass. Also was würde ich euch empfehlen? Guckt, dass ihr auf jeden Fall das Sturm suchende Aspekt bekommt, denn da werden eure Tornados richtig krass. Guckt außerdem auf jeden Fall, dass ihr ganz am Anfang euer Schäfers Aspekt auf das Amulett macht und was das Krasseste ist, versucht Leben beim Treffen eines Gegners zu bekommen. Genauso wie Geisterkraft pro Sekunde, das macht richtig viel auf. Gerade das Leben beim Getroffene eines Gegners macht euch wirklich wie zu einem abartigen Tank, weil ihr so viel Live-Leach, weil ihr mit Hurricane und mit Tornado richtig viel Leben wieder herholt. Was ich euch auf jeden Fall auch empfehlen kann, habe ich bis jetzt leider noch nicht. Sobald ihr die Härtung habt, dass ihr eure Gegenstände, Ressourcen-Gegenstände mit Hurricane-Cooler-Reduction belegen könnt, macht das auf jeden Fall, denn so können wir noch weiter unsere Cooler von unserem Hurricane reduzieren. Ihr könnt natürlich auch euch überlegen, wenn ihr das habt auf der Waffe, bis ihr das Tornado-Temper habt, dass ihr noch eure Hurricane-Dauer nehmt. Aber ansonsten, nehmt mit euren offensiven Fertigkeiten auf jeden Fall die Schaden gegen die nahe Gegner ran, also ihr offensiv und dann ist es natürliche Finesse, nicht Sturm-Finesse, sondern wirklich natürliche Finesse und dass ihr Schaden gegen Gegner der Nähe habt, denn das brauchen wir auch später für unser Blitz getroffen Paragon-Glyphe von der Legendaren Note. Das hilft uns auf jeden Fall auch noch. Und ich zeige euch jetzt gleich mal von dem Clip, wie ich den Wildschufe 4-Boss krass aus dem Leben geschossen habe. Auf jeden Fall auch super insane. So ihr seht, ich bin jetzt beim Fein. Ich habe davor meine Pistalische Graserei aktiviert mit meiner Werbegestalt und meiner Werwolfgestalt, während ich zwei Sekunden drin war. Und dann habe ich auf jeden Fall meine zwei Begleiter-Fertigkeiten aktiviert. Gebe ich euch einen Tipp, macht das auch, denn dann kriegt euer Hurricane durch unsere neue Klarheits-Proc, was er uns jetzt Schaden gibt, nachdem wir eine Begleiter-Fertigkeit ausgelöst haben. Also 15% für jede Begleiter-Fertigkeit sind bei mir 30% Crit-Chance und 30% Schaden und das geht über die ganze Dauer von Hurricane. Und jetzt zeige ich es euch mal kurz, wir zählen es kurz, bei 34 ist er, ne, bei 34, 11 ist er gespawnt und Achtung, jetzt habe ich alles aktiviert. Erster meine Rahmen, dann meine Wölfe und, ja okay, ich habe es tatsächlich davor schon aktiviert, mein Hurricane und ihr seht, er geht einfach komplett runter. Also, er konnte einfach nichts machen, er hat zwei Skills gemacht und es hat ein bisschen länger gedauert. Okay, 10, 12 Sekunden, aber das war schon, er ist tot und ich bin Level 50, ich bin nicht Level 70 oder so, ich bin Level 50 und habe einen Capstone-Dungeon-Boss gelegt, der irgendwie 20 Level über mir ist, weil ich habe ultra viel Defensive durch meine Step-Shifting-Sachen und ich habe ultra viel Schaden. Also wie gesagt, das Ausschlaggebende war für mich einfach dieser Schaden gegen Nye Gegner. Und ich kann es euch empfehlen, der Build ist genau, wie ich mir gedacht habe, wie ich mir theorycraftet habe, er ist tatsächlich sogar noch ein bisschen krasser und für mich ist er definitiv der beste Level-Build, denn ihr meldet alles, wenn ich dann noch das Temper kriege, dass ich eine Chance habe, dass ich ein zweites Tornado-Projektil caste, wird es sowieso noch viel krasser. Deswegen checkt dazu meinen gesamten Build-Guard aus, ich schaue den Char-Planer auch rein, könnt ihr spielen, da habe ich alles drin, eine Early-Leveling-Variante, eine Codex-Variante, eine Wellenschiffe-3-Variante und eine Wellenschiffe-4 noch. Ich werde dazu auch noch auf jeden Fall ein Vernado-Bild raushauen, sobald ich das Ganze habe. So, ich kann euch auf jeden Fall auch noch empfehlen, guckt, dass ihr auf jeden Fall Angriffsgeschwindigkeit auf eurem Gear bekommt. Das ist jetzt gerade in Englisch, aber generell guckt, dass ihr gerade auf dem Ring sowas wie Lehm nach Treffer oder gerade Angriffsgeschwindigkeit drauf bekommt, denn das ist sehr wichtig, dass ihr sehr früh Angriffsgeschwindigkeit bekommt, denn je mehr Angriffsgeschwindigkeit ihr habt, desto einfacher geht es. Ich habe hier auch einfach nochmal noch einen Clip von Wellenschiffe-3, wo wir hier das Hellteil sehen und ich kommentiere es einfach mal so ein bisschen, dass ihr seht. Wie gesagt, ich habe das aufgenommen, den Clip, während ich gerade am Videoschneiden war. Das heißt, es kann sein, dass es Zeitpunkt gibt, wo ich einfach random gestorben bin oder einfach nur rumstand, wie jetzt zum Beispiel, weil ich gerade eine Stelle im Video geschnitten habe. Aber wenn wir sehen, es macht ultra viel Schaden. Was ist das Geile daran? Das Coole daran ist, ich bin von Wellenschiffe-4 auf Wellenschiffe-3 wieder zurückgegangen, weil es nicht so viel Sinn gemacht hat, dass ich auf Wellenschiffe-4 schon Monsterthöhe die 20 Level über mir sind und war auch ein bisschen hart, weil meine Resen jetzt echt crap waren. Deswegen geht einfach in Wellenschiffe-3 bis ihr in 5-5 seid. Ich spule hier tatsächlich mal vor bis zu einer Stelle, wo was ist. Und das Coole daran ist, dass durch das Sturmsucher-Aspekt ihr teilweise einfach nur Tornado casten müsst und die suchen sich automatisch den Weg zu ihren Zielen. Das heißt, ihr müsst nicht mal wirklich in irgendeine Richtung. Also ihr seht, ich cast einfach die ganze Zeit wild, alles gilt. Ich cast einmal anfallen, dass ich meinen Buff von Bessalische Raserei bekomme. Dann cast ich meinen Glauer, dass ich den Buff für die andere Bessalische Raserei bekomme. Dann cast ich meine Gefährtenfertigkeiten, dann cast ich meinen Hurricane, dann cast ich wieder Tornado, um die Monster aufzusuchen. Also ihr seht, das ist ein ultraaktiver Bild. Gerade jemand darauf steht, der viele Cast machen möchte. Ist das super nice und es macht einfach richtig viel Schaden. Wie ihr seht, hier stehe ich jetzt wieder rum, weil ich, wie gesagt, gerade eine Stelle im Video gecuttet habe. Aber es ist einfach generell unfassbar befriedigend, diesen Javik zu spielen. Denn es ist wirklich krass, also ich hätte nicht gedacht, dass dieser Schaden mit den nahen Gegnern so unfassbar gut wird. Und ich suche jetzt mal gerade noch eine Stelle raus, wo ich wieder Monster tüte. Also hier seht ihr, das Hurricane ist aktiv und wir kriegen durch das Hurricane so viel Schaden. Und wir kriegen durch das Hurricane so viel Leben, weil wir haben einfach mal Schadensreduktionen durch das Hurricane selber. Aber dieses Leben pro Treffer ist gefühlt bei Hurricane um es insane. Also ihr seht, ich bin meistens voll live. Und selbst wenn ich runtergehe, ihr seht, ich gehe runter und selbst, ich stehe jetzt rum, okay, aber sobald ich wieder angreife, dann kriege ich direkt wieder Leben. Also ihr seht, ich habe jetzt angegriffen, ich bin direkt wieder hochgegangen. Richtig krass, also das alles durch zwei Items, wo ich Leben pro Treffer auf dem Gegner. Das versucht auf jeden Fall drauf zu bekommen. Mega, mega wichtig, denn dann habt ihr es auf jeden Fall auch einfacher. Und ebenso, was wir auch noch bedenken müssen, wir haben hier das Thunderstruck Board, also vom Blitz getroffen Board. Und ihr seht, dass unser Schaden von unseren Sturmskills erhöht wird, je mehr Schaden gegen Nahe und Distanzgegner wir haben. Und wie gesagt, sobald wir diese Glyphenode erstmal haben, das kommt hier dran, sobald ich hier nochmal hochgegangen bin. Und dann hier das dritte Board. Dann wird es richtig crazy, denn wir haben ja auf mehreren Quellen dann Schaden gegen Gegner in der Nähe drauf. Das werde ich tatsächlich noch ändern, denn ich habe jetzt hier meine Waffe ausgetauscht gehabt. Hier werde ich es auch noch drauf tempern, dass ich mehr Schaden gegen Nahe-Gegner habe. Aber wenn wir das dann haben und überall das drauf haben, Schaden gegen Nahe-Gegner und vielleicht auch Schaden gegen Distanzgegner, bekommen wir doch mal einen crazy Multiplier von 40% oder so und das schon relativ früh. Und noch ein kleiner Tipp beim Powergun Board, das ist jetzt gerade vom Charplaner. Geht hier wirklich als erstes hier entlang und straight in der Linie zu diesem Board hier und dann geht direkt hier nach oben. Aber es nimmt nicht erstmal die mit hier und die mit. Es geht direkt hier nach oben, geht da nach rechts und dann geht hier nach oben. Denn sobald wir die Thunder-Sack-Gletschner-Node haben, wird das noch krasser. Und dann nimmt auch als erstes Lehm mit, denn wir haben so viel Schaden. Wir benötigen mehr Lehm, mehr Defensive. Das heißt, nehmt die ganzen Max-Life-Nodes mit und so weiter und füllt dann die ganz anderen Nodes, die ihr benötigt für eure Glyphen, sobald ihr diese habt. Auch hier Max-Life mitnehmen und dann geht hier rum und dann da rum und dann ganz am Schluss hier ins letzte Board. Und sobald ihr Thermosaur habt, wird es sowieso zum Vernader und dann wird es sowieso noch viel krasser. Oder 60, das heißt auf jeden Fall, teste diesen Bild aus. Wirklich, er ist super insane und guck da meinen YouTube-Guide dazu und hole ich den Charplaner. Testet auf jeden Fall aus. Mega geil, macht mega Bock. Und wie gesagt, Charplaner aus-Check und auch meinen anderen Bild-Guide dazu aus-Test. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ganz gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wie du mir richtig viel Support gebt. Schreibt selber in die Kommentare, mit welchem Bild ihr spielt, mit welchem Chai ihr spielt und wie ihr bis jetzt gekommen seid. Bis zum nächsten Video. Ciao.